Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wildtun. Diesmal auch mit ohne und mit mit Shader Mods. Ich habe ihn mal ganz schnell installiert, ist es gleich gemacht. Ich hatte ja schon alles. Ich habe ja ein Backup von meinem Witcher-Folder gemacht. Ich musste nur noch ein paar Dateien ausführen. Und dann geht er jetzt wieder. So, was war denn da vorne? Was bist du? Necker. Wie soll ich da überhaupt hin? So, das war zu viel des Guten. Ja, bisschen ganz ein hässlicher. Hallo? Au. Der hat sich gedreht. Mutter gehen, finde ich gut. Warte. Was? Ich musste nicht husten. Nein, ich doch nicht. So. Plötze! Ich hole mal lieber Plötze. Mach noch den einen Necker da hinten. Oder die fünf. Oder die hundert. Alter, was ist denn das hier für ein Nest? Kann ich den jetzt bitte umbringen? Eins. Zwei. Ja, ich komme aus der Animation. Zwei. 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 Ja. Zieh dich. Was jetzt, du Stück Dreck? So. Erstmal ein Schild. Und ein Honig. Ihr seid aber ein wieder borstiges Volkchen. Hier, kleinen Stinker. Das mit dem Art-Angriff war gerade eine gute Idee, finde ich. Da kann man die gut aus der Fassung bringen. So, und bevor wir hier weiterfahren, würde ich sagen, lehne ich mal ein bisschen was in meine Truhe ab. So, und zwar ist das Trühchen hier oben. Wieso kann man nicht eigentlich exakt bei der Truhe oder bei der Wirtin spawnen? In der Taverne. Mit dem Pferd. Das wäre doch mal besser, als diese komischen Wegweiser. Damit man instant bei der Taverne rauskommt. Aber nein. Wäre zu leicht. So, ich würde sagen, wir machen jetzt Team Norden fertig. Die Fragezeichen. Die Sprüche sind sehr neu. Okay. Nicht. So, erstmal schauen, ob ich was gefunden habe, was ich anziehen kann. Nein. Nö. Kann ich hier nach Ding sortieren? Nach... Seltenheit? Okay. Die sieht halt auch ziemlich geil aus. Bringt aber auch sehr wenig für mein jetziges Level. Däschwiegen. Weg. Ah, ich habe noch vergessen, in der Mod zu installieren, dass die Rüstungs- und Waffenschmiede ein bisschen mehr Geld haben. Lassen wir uns nämlich alles weg. Es lädt schon ein bisschen lang. So. Ja, das dauert jetzt wieder ein bisschen. Das Einsortieren, das ist nervig ein bisschen. Und ja, ich nehme diese Plus-14-Rüstung in Kauf. Dafür habe ich bessere Effekte. Auf der Rüstung. Dü, dü, dü. Mhm. Die haue ich auch in die Truhe. Bis auf die Handschule. Mhm. So. Haben wir da noch irgendwas? Fälle. Und Sattel. So. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Den Unwickersattel behalte ich mal. Ich sammle auch Sattel, ja. Ich will nicht wissen, wie in der Realität die Truhe aussehen würde. Da stecken Schwerter drin, da stecken Rüstungen drin, Sattel, Köpfe, Knochen. Alles, was so ein normaler Mensch halt sammelt. So. Das ist gar nicht so schwer. Das kann ich behalten. Plunder. Gewicht. Die Fälle. War ja klar. Fälle weg. Bärenfell. Brauche ich alles nicht. Ach ja, weiße Wölfe habe ich gerade auch ein bisschen geschlachtet. In der letzten Folge. Ja, 115. Ich habe noch einen Elfenkopf. Will jemand einen Elfenkopf? Nicht? Der liegt auch schon ein paar Monate bei mir im Inventar rum. So. Auf die Plötze. Komm schon, Plötze. Nur ein Fressen, das Viech, ne? Aber immerhin sieht es so gut aus. So. Brücke zu Kertrolde. Und dann direkt rechts zum Waffenschmied. Oder Wüsselgeschmied. Morgen hat meine kleine Morgung Geburtstag. Ich weiß nicht, was ich erscheint. Wie stimmt das Gerede über den Eisrisi? Was ist das? Das ist, äh, eine Verzierung. Ich habe sie eingraviert. Du hast eine Verzierung eingraviert. Das kenne ich doch schon. So. Ich würde... Hast du wieder Geld inzwischen. 1800. Besser als nix. So. Ich verkaufe dir mal meinen Müll. Und du zahlst. Eine Waffe, die plus Schaden macht. Aber ist halt eine normale Waffe. Alles muss weg. Ich bin gerade hier im Sonderschlussverkauf. Zwischen 11.000. Nice. Ich komme... Also wenn ich die Fragezeichen fertig habe, habe ich locker 15 bis 20 K. K, K. Mr. K. So. Preis. Dann die billigen Handschuhe. Und schon wiege ich noch 79. Du kannst doch mir bestimmt was reparieren. Ja. Thank you. Ähm. Und davor... Gerade eben habe ich hier was Interessantes gesehen. Was ist das? Lymphgalische Wächterrössung. 27. Hat aber... Hat keine guten Effekte drauf. Genau. Ich habe irgendwas gesehen. Was habe ich denn da... Große Art Glyphel. Die ganzen großen Glyphel habe ich doch schon. Die ganzen Schemen. Oh. Die hat ziemlich gute Handwerksmaterialien. Dich merke ich mir. Du bist ein guter Dude. Wiedersehen. So. Ach ja. Waffen schärfen. Kann ich eine Axt führen? Ich glaube schon. So. Dann eine Stunde meditieren. Bis... 17 Uhr. Okay. Zwei Stunden. So. Und ich war glaube ich schon richtig. Ne, war ich nicht. Jetzt. Drei Fertigkeitspünktchen. Ich glaube ich investiere in... Einen Punkt. Einen Schnellkampf. Und einen starken Kampf. So. Ah. Wir haben jetzt unten endlich die... Drei Fertigkeitspünktchen. Mit diesem Drehangriff werden alle Gegner im Umkreis getroffen. Das Fortsetzen des Angriffs verbraucht. Ausdauer und Adrenalin. Gewinn. Okay. Wir wirkt proportional zur verbrauchten Ausdauer. Zusätzlichen Schaden. Die gegnerische Verteidigung wird ignoriert. Die Chance auf kritischen Treffer um 10% erhöht. Ich gehe mal auf Drehangriff. Und den haue ich gleich hier unten rein. So. Den will ich dann gleich mal sehen. So. Gut. Dann kann ich jetzt wieder looten gehen. Und zwar... Würde ich sagen... Fahren wir... Oder reiten wir erstmal hier hin. Gehen zu dem Fragezeichen. Reiten von da aus zum Boot. Fahren dann da, 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 da. Da, da, da. Immer so schön im Zickzack. Da, da. Da, 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 da. Hin. Ne? So wie man es gewohnt ist. Also einmal hier rüber. Feierlund. Auf nach Feierlund. Und... Ja. Dafür muss ich mal ganz kurz wieder die Map öffnen. Weil ich habe es nicht markiert. Ich bongo. So. Musik ist auch wieder da. Schön. Kamera ist wieder am Arsch von Plötze. Lauf, Plötze. Schön. Naja. Eher nicht. Aber jetzt Null. Komm schon, Plötze. So. Ähm. Du berättest mir ein bisschen zu YOLO. Halt mal ein bisschen weiter links. Nicht so am Steilhangen klang. So. Dann hier lang. Komm jetzt. Komm jetzt. Lauf. Nicht so schnell, Plötze. Es gibt auch einen Mod, dass man dieses... Geschwafel von Geralt zur Plötze auch ausschalten kann. Ausgründen, die ich jetzt hier nicht nennen will. Weil es mir auf den Sack geht. Habe ich aber nicht angemacht. So. Was ich sagen wollte. Der Reshade ist wieder drin. Man sieht's. Jetzt ist er drin. Und... Ja. Indestructible Boats. Äh. Verbesserte Feuerpartikel. Also erhöhte Feuerpartikel. Ähm. Personen in Not. Oh nein. Da muss ich mich ja beeilen. Ich komme. Hi. Na ihr Stinker. Äh. Geralt. Wie wär's, wenn du ein Schwert ziehst? Mach den Fertig! Puh. Zum Glück hatte ich noch ein Schild. Alter, ich werde hier gerade von... allen Seiten. Oh, fuck. Ähm. Nicht eingebleiben. So, den haben wir halbiert. Noch einen Honig. Gönne ich mir. Zahn um Zahn, Junge. Deine Mutter hat dich raus. Nein, hat sie nicht. So. Au. Eigentlich wollte ich dich abwehren. So, tschüss. Hm. Ähm. Schwalbe. Ich kämpfe gerade nicht wie ein Profi. Aber liege ich tot am Boden? Nein. Also, ich habe es zumindest überlebt. Da ist der Schlüssel. Alles mitnehmen. Hallo, Waffenschmied. Aufgeschlossen. Öffnen. Guten Tag. Hallo. So. Hi. Danke, Kumpel. Feierland? Kennst du den Ort? Hab meine Schmiede dort. Komm vorbei, dann habe ich eine Belohnung für dich. Ah. Eine Belohnung für mich? Das ist doch... nicht nötig. Doch, ist es. Von da komme ich halt gerade, von Feierland. Deswegen ist es jetzt blödsinn, da zurückzureiten. Ähm... Wie komme ich denn da am schnellsten zum Boot hin? Weil hier ist ziemlich steilküstig. Das Gebiet. Oder flacht es weiter hinten ein bisschen ab? Nö, tut es nicht. Höh. Nein. Lisa steht da unten im Boot. Hui. Oh oh. Jetzt wird es kritisch. Au. Wart mal kurz. Ich muss mal ganz kurz hier nach unten. Geht das? Ohne zu sterben? Ja, easy. Hm? Wo sind sie denn? Ich sehe sie nicht. Komm doch mal bitte auf meine Höhe. Ich habe wieder X gedrückt. So. Eine weniger. Naja, running for Fragezeichen schreibt hier gerade den Nils. Ich drücke X. Ich habe X. So, ich stehe jetzt daneben. Okay. Diesmal hat er es nicht angenommen. So. Bügel weg. Au. Was geht denn jetzt mit der Quest ab? Fällt mir, was du zu reden hast. Letz dich mal hin. Ah, nein. So. Also es mit dem X, mit dem Exekutieren habe ich bei den Wien auch nie geschafft. Muss man da in einem bestimmten Winkel zu denen stehen oder ist einfach Geralt zu faul? Komisch. So. Hier ist das Boot. Da ist das Fragezeichen. Hin da. Habe ich das mal hier abgestellt? Nö. So, man kann jetzt indestructible boats. Das heißt, ich kann jetzt hier Waldvollgas irgendwo hinfahren, oder? Boom. Oh. Ähm. Hier geht's hier fest? Nee. Also ich habe gerade keine Schadens... Äh... ...animation am Boot. Vorne rechts ist es zwar orange. Versteckter Schatz. Was ist das denn das für ein Fels? Was ist denn das für ein Fels? Hey. Das kannst du jetzt nicht tun. Ich kann nicht mal durchs Wasser warten. Und jumpen. Was ist da? Da sehe ich noch eine Kiste. Hm. Ach, da werden sie hinge... Oh. Birna Bran. Ein schrecklicher Tod. Ich habe sie gefunden. Das ist echt ein schrecklicher Tod. Kann man die irgendwie... Ich weiß nicht. Nius, hast du die gefunden? Weil die Birna Bran, das war ja die, die diese Bären in der... ...in Kertrollde freigelassen hat während dem Fest. Also sie war die Hauptverantwortliche. Oh. Wie ist ihr Sohn? Hey, ich habe deine Tochter... ...deine Mutter gefunden. Tochter, sag ich schon. Ähm. No. Ich will die Ketten sprengen. Geht nicht. Okay. Ja. Also der Tod ist schon gemein. Aber ich weiß nicht, ob sie ihn verdient hat. So ein bisschen. So, hier ist Schatzure. Und da ist eine Leiche. Truenschlüssel. So. Irgendwo eine Truhe hier. Da oben. Hier ist ein Mannstaub. Ja. Kann halt echt nichts. Huh. So. Zack. Einmal rein. Und... Und... ...genorden. So. Ich hoffe, mein Boot kann jetzt echt nicht kaputt gehen. Soll ich es ausprobieren? Also vorne rechts hat es einen Schaden. Ich fahre jetzt mal in Vollgas hier gegen den Felsen. Boom. Nö. Ist noch ganz. Juhu. So, Schmuggler versteckt. Dann kann ich jetzt erstmal mit Vollgas da reinpesen. So. Äh. Nö. Ich will... ...Geralt. So. Ah. Ertrungen. Nö. Sonst noch jemand? Nö. Oder doch. So. Jetzt bauen die alle wieder neu. So. Mein Trühchen. Mein cooles Trühchen. Aha. Ein Sattel mal wieder. Was... Was Neues. Ne. So. Wir spawnen immer neu. Das finden wir gut. Meister, ich gefällt euch da. Rennsattel. Noch ein Sattel. Toll. Das finde ich. Zwergenklinge. Bisschen Abwechslung schadet nie, ne? Oh. Nicht unterm Boot. So. Wir spawnen immer neu. Um dich zu nerven. So. Also das mit den Sirenen unter Wasser hätten sie sich sparen können. So. Vollgas. So. Dann geht's jetzt weiter im Text mit Fragezeichen auf dem Wasser. Und Sirenen. Featuring Sirenen. Schmuggler. Da sehe ich ne Kiste auf jeden Fall. Russung der Imperia-Brigade. Uh. Das ist was Neues. Da sehe ich noch ne Kiste. Alter, ich sehe sowieso kaum was. Zwergenklinge. Wo ist die dritte Kiste? Eins. Zwei. War ich bei der schon? Ja. Dann war ich bei der noch nicht. Wo waren die jetzt? Alter. Es ist so dunkel. Wo ist sie denn? Da ist eine. Da ist sie. So. Einfach alles mitnehmen. Stirb. Stirb. Ich sollte am Tag weitermachen. Jetzt am Abend ist es unter Wasser nicht so gut zu sehen. So. Ich kann hier doch bestimmt meditieren, oder? Ja. Sehr schön. So. Ja, ja. Letzte Vorbereitungen. Du mich auch. So. Und Vollgas. Oh nein. Da kommt eine Sirene hinter mir. Was soll ich nur tun? Verzieht euch bitte. Das neue Spawn hätten sie sich sparen können. Vor allem so schnell. Fliegen die unter Wasser? Wollt ihr mich verarschen? Ah, jetzt. Ich hoffe, die Kiste zu verschieben. Naja. Aber die sind gerade echt unter Wasser geflogen. Das finde ich cool. Die füllen nach unten. Finde ich auch cool. Fakte Physik. War es das? Ja. Warte, ohne Mutt? Mit Mutt? Okay. Sieht man nicht. Wir spawnen immer neu. Wir bleiben Troy. Stirb doch. Einfach alles mitnehmen. Nein, ich schwimmen jetzt zur Truhe. Ja, zieh mich nach unten. Müssen wir ganz kurz nach oben. Ausgründen. So. Wo ist er denn? Wo ist er denn da? Willst du nicht mal schießen, Geralt? So. Bumm. Oh, schon wieder Rüstung der großen Sonne. Nee. Große Sonne und irgendeine Brigade hatte ich. Also die Fragezeichen hier. Die lohnen sich schon ein bisschen. Ich hoffe, die Rüstung können was. Das finde ich bestimmt wieder 180. Wollen wir wetten? 150. So. Schwerter. Müll. 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 Die sechs Schaden, die kann ich mir schenken. So, was können die Rüstungen? Plus zwei. Ich habe dieselbe Rüstung nochmal gefunden. Bloß mit plus zwei mehr Rüstung. In blau. Das meine, die ich jetzt anhabe, glaube ich besser. Ja. Mhm. Sorry. Wie sieht denn das aus? Mhm. Nee. So. Dann würde ich ja mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, let's play The Witcher 3. Wild Hunt auf Todesmarsch. Hashtag Fragezeichen. Hashtag Sirenen, die mir auf den Sack gehen. Ich drücke mal Escape. So. Bis dann. Ciao. Kampfmusik. Warum nur? Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh.